Wie ist die Entscheidung des Betriebs für Bau und Liegenschaften? Ich zitiere hier ausnahmsweise einmal aus dem ohnehin sehr dünnen ausgefallenen Wahlprogramm. Dort lesen wir, also ich zitiere, dort lesen wir auf der letzten Seite, Zitat Anfang, der Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern hat sich nicht bewährt und wird restrukturiert. In diesem Zusammenhang wird im Bereich des Hochbaus die entsprechende Abteilung im Finanzministerium durch ein Kompetenzteam verstärkt, dass die Behörden in den Baufragen berät. Außerdem prüft die CDU eine Übertragung der Bauherreneigenschaft auf die Universitäten und Hochschulen. Zitat Ende. Wer das genau liest, Herr Korkert, und das habe ich, der liest dort, dass der gesamte Hochbau in einer Abteilung des Finanzministeriums aufgehen und die Bauherreneigenschaft auf die Hochschulen übertragen werden soll. Wenn das so umgesetzt würde, wäre vom BBL bis auf die Gebäudebewirtschaftung nicht mehr viel übrig. So verstehe ich Ihr Wahlprogramm. Meine Damen und Herren, die vorgelegte Gesetzesänderung mag sicherlich in vielen Teilen sinnvoll sein, aber die im CDU-Wahlprogramm zu Recht angesprochenen Defizite im BBL löst dieser Gesetzentwurf nicht im Ansatz. Es werden Strukturänderungen vorgenommen, ohne dass es tatsächlich zu Verbesserungen kommen wird. Wie denn auch, wenn sich an den Standorten des BBL nicht wirklich etwas ändern wird? Es werden irgendwo Zweigstellen eingerichtet und Geschäftsstellen, aber eigentlich bleibt alles beim Gleichen. Nur, wie gesagt, die Bezeichnungen werden geändert. So ganz überzeugt ist die Landesregierung offensichtlich auch nicht von ihrem Gesetzentwurf. Andernfalls hätte sie sich nicht gleichzeitig auch noch das Recht einräumen lassen, zukünftige Strukturveränderungen selbst und ohne den Landtag vornehmen zu dürfen. Meine Damen und Herren von der CDU, mich würde zudem interessieren, was eigentlich ihre im Wahlprogramm versprochene Prüfung der Übertragung der Bauherreneigenschaft auf die Hochschulen im Detail ergeben hat. Welche Vor- und welche Nachteile würden dadurch denn entstehen? Oder wurde wenigstens einmal geprüft, welche Möglichkeiten unterhalb der Übertragung der Bauherreneigenschaft bestehen, um den Hochschulen in Zukunft mehr Freiheitsgrade im Bau zu ermöglichen? Meine Damen und Herren, wir brauchen in Zukunft einen Landesbau, der die Anforderungen und Wünsche der späteren Gebäudenutzer ernsthaft prüft, sowie fair die Bedarfe abwägt und gewissenhaft die baulichen Möglichkeiten im Sinne der Gebäudenutzer ausschöpft. Was die Hochschulen in den vergangenen Jahren erleben mussten, war leider häufig das Gegenteil. Ich will nicht behaupten, dass die Hochschulen einfache und anspruchslose Gebäudenutzer sind. Aber das Vorgehen des BBL in den vergangenen Jahren war in vielerlei Hinsicht nicht vorbildlich. Die Nutzer haben zum Beispiel kaum einen Einfluss auf die Auswahl des Architekturbüros. Sie haben kaum einen Einfluss auf den Entwurf. Sie haben damit kaum Einfluss auf die Bewirtschaftungskosten, die sie später ja selbst aus ihren Globalhaushalten aufbringen müssen. Sie bekommen häufig nicht einmal die Planungsunterlagen für ihren eigenen Bau. Die Nutzer haben keinerlei Kontrolle und Controlling bei der Auswahl von Baufirmen. Keine Kontrolle und Controlling beim Mittelabfluss. Und wenn das Geld nicht ausreicht, dann muss der Nutzer und nicht etwa der BBL Bettelgänge zum zuständigen Ministerium antreten. Meine Damen und Herren, so würde kein normaler Mensch privat jemals bauen. Ganz negativ ist uns allen noch die jahrelange Unbeweglichkeit des BBL beim Thema Energieerzeugung in Erinnerung. Es war lange Zeit nicht einmal möglich, über Fremdkapital finanzierte Photovoltaikanlagen auf den riesigen Dächern öffentlicher Gebäude zu realisieren. Und das alles soll jetzt durch eine minimale Restrukturierung und durch einen neuen Geschäftsbereich Hochschulen und Kliniken sich ändern? Ich habe an dieser einfachen Lösung erhebliche Zweifel. Und deswegen werden wir uns in den entsprechenden Ausschüssen die Probleme im BBL genau anschauen. Ich habe dazu bereits den demokratischen Fraktionen vorgeschlagen, zumindest eine schriftliche Anhörung der Hochschulen durchzuführen, um deren jahrelange Erfahrung und deren Lösungsvorschläge in den Gesetzentwurf einfließen lassen zu können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.